Wer die tiefgehenden Einsichten in verschiedenartigen Gebieten von Rudolf Steiner unbefangen und konzentriert verfolgt, wird oft staunend sich fragen, woher weiß er das alles? Ähnlich haben sich viele 1898 zu Lebzeiten Steiners in New York gefragt, von welchem unsichtbaren Steuermann das ferngesteuerte Modellboot manövriert wurde. Nicht weniger unerklärlich war den Außenstehenden das kabellose Versenden von Strom über 42 Kilometer und die Erfindung der Skalarwellen. Von den 280 Patenten von Nikola Tesla ist besonders eines von 1901 interessant, bei dem es sich um kostenlose Energie aus dem Kosmos drehen soll, aber bis heute unter Verschluss ist. Ebenso interessant ist der seltsame Tod von Stanley Meyer am 20. März 1998, welcher ein wasserbetriebenes Auto herstellte ohne Brennstoffzelle. Es funktionierte gar mit Abwasser. Sein Bruder meinte nach dessen Tod, dass Stanley sich mit einem belgischen Investor getroffen habe und eine Menge Geld für das Patent angeboten bekam, was er ablehnte. Er war nicht nur bald danach tot, sondern auch das Versuchsauto und das dazugehörige Zubehör war eine Woche danach gestohlen. Professor Meil aus Baden-Württemberg meint, Stanley Meyer hat eine Vorrichtung für Knallgas entdeckt, deren Wirkungsgrad höher als Benzin ist. Die finnische Parapsychologin, Ufologin, ehemalige Gesundheitsministerin Dr. Rauni Kilde wollte im November 2014 ein Buch »Helle Lichter auf dunkle Schatten« veröffentlichen und verstarb seltsamerweise kurz zuvor unter sehr mysteriösen Umständen. Der befreundete, in ganz Schweden bekannte Anwalt Dr. Henning Witte forschte mit ihr zusammen bereits lange über Mind Control, welches zum Ziel hat, den Willen auszuheben und körperliche Reaktionen zu motivieren. Bekannt ist das Experiment von José Delgado Ende der 60er Jahre, der einen Chip in das Hirn eines Stieres einpflanzte und damit ihn, wie von Geisterhand, dazu brachte, im Stierkampf kurz vor dem roten Tuch Halt zu machen und plötzlich ganz ruhig herumzulaufen. Dr. Henning Witte meint, man kann die ganze Welt, ganze Volksgruppen oder spezielle Individuen über die DNA manipulieren. Er meinte 2015 in einem Interview mit Joe Conrad, man kann durch eine Impfung die DNA zu einer Antenne machen, sodass über die von Tesla gefundenen Skalarwellen Menschen wie dieser obige Stier beeinflusst werden können. Wer kann verleugnen, dass dies ein seltsames Licht auf die jetzige genmanipulierende Impfung wirft? Dass nun auch Steiner vor 100 Jahren vor einer drohenden Impfung warnt, ist nicht weniger seltsam. Für manchen sind die obigen Informationen zumindest interessante Neuigkeiten und Kommentare wie die vor drei Wochen auf den Vortrag, den ich Feindliche Mächte betitelt habe, wirken wie in geistiger Umnachtung dahergelallt. Eine weitere Kommentatorin empfindet dann gar, man sollte die Schwurbler vor sich selbst schützen und schreibt, ich würde eine Impfpflicht begrüßen. Voltaire wusste bereits im 18. Jahrhundert, dass Geschichte die Lüge ist, auf die man sich geeinigt hat, aber es gefährlich ist, Recht zu haben, wenn die Regierung Unrecht hat. Kommentare wie von dieser Dame haben eine seltsame Parallele zu vergangenen kirchlichen Methoden, um anders denkende Mundtot zu machen. Voltaire schrieb über diese Methoden, Manche wie ich haben vielleicht erlebt, dass man im betrunkenen Zustand gar irrtümlich meint, die Umwelt würde weit mehr schwanken als man selber. Wenn wir das gerade auffallend häufig benützte Wort schwurbeln, googeln, bekommen wir zur Antwort, sich unklar, unkonkret ausdrücken, Unsinn reden, unklare, unkonkrete Geräusche verursachen. Wer sich vorurteilsfrei über obige belegbare Informationen bezüglich Tesla, Meier, Mind Control mit dem sogenannten Monarchprogramm innerhalb von Mind Control ausgiebig informiert, der wird schwerlich meinen, diese kommen von einem Besoffenen, außer er ist es selber. Die beste Ausnüchterungstelle dafür wäre Rudolf Steiners Vorträge, welche Körper, Geist und Seele wohltuend wieder ausnüchtern. Zwölfter Vortrag von Rudolf Steiner, gehalten in Berlin am 14. April 1917 In verschiedenen Zusammenhängen mit der neueren Geistesgeschichte habe ich öfter den Namen Hermann Grimm genannt. Nun möchte ich die heutigen Betrachtungen anknüpfen an eine von den verschiedenen, man möchte sagen, instinktiven Bemerkungen, die Hermann Grimm machen konnte über das innige, was Bedürfnis der neueren Geistesgeschichte ist, ohne dass er in der Lage war, seine instinktive, wie gefühlte Ahnung in Erkenntnis umzusetzen. Ich möchte an eine der vielen Bemerkungen, die er instinktiv in diese Richtung machte, anknüpfen. Sie betrifft eine Art Opposition, in welcher Hermann Grimm stand, gegenüber der ganzen modernen Geschichtsbetrachtung, in dem er ein richtiges Gefühl davon hatte, dass diese Geschichtsbetrachtung unbewusst, selbstverständlich auch wiederum instinktiv, vor allen Dingen darauf ausgeht, aus dem Laufe der geschichtlichen Menschheitsbetrachtung das Christusereignis auszuschließen. Die Geschichte so zu betrachten, wie man sie betrachten kann, ohne dass man darauf Rücksicht nimmt, dass sich in den Verlauf der Menschheitsentwicklung das Christusereignis als etwas in allererster Linie Bestimmendes hineinstellt. Hermann Grimm wollte im Gegenteil eine Geschichtsbetrachtung haben, welche den Christus als einen wesentlichen Faktor hineinstellt in den geschichtlichen Verlauf der Menschheit, sodass an einer solchen Geschichtsbetrachtung oder durch eine solche Geschichtsbetrachtung ersichtlich worden wäre oder ersichtlich würde, welcher bedeutsame Impuls eingegriffen hat in den Entwicklungsvorgang der Menschheit durch das Mysterium von Golgatha. Wie gesagt, bei Hermann Grimm ist es aus seinem instinktiven Darinnenstehen in dem, was man die götische Weltanschauung nennen kann, aber zugleicherzeit bei seiner mangelnden Einsicht in die geistigen Welten ist es instinktiv geblieben, mehr eine Ahnung, die er nicht durchdenken konnte. Es erscheint paradox, wenn man sagt, dass die geschichtliche Betrachtung vor allen Dingen sich zur Aufgabe macht, das Christus-Jesus-Ereignis aus der historischen Betrachtung herauszutägen. Und dennoch ist es eine Wahrheit. Eine Wahrheit, welche so instinktiv eingewurzelt ist in der modernen Weltanschauung, dass manche Leute gar viel tun in Weltanschauungsfragen, um dieses Christus-Ereignis nur ja nicht seiner wahren, tieferen Bedeutung nach hereinkommen zu lassen in den geschichtlichen Verlauf der Menschheitstatsachen. Und unter diesem instinktiven Impuls, der in den Seelen so stark lebt, stellt sich das heraus, dass im allgemeinen Menschheitsbewusstsein viel, viel Finsternis verbreitet wird über diejenigen Jahrhunderte, welche vorangegangen sind und nachfolgen dem Mysterium von Golgatha. Nicht allein, dass man nicht versucht, das ließ sie sich ja begreifen aus mancherlei, das wir auch schon anführen konnten im Laufe unserer geisteswissenschaftlichen Betrachtungen. Nicht allein, dass man nicht versucht, das Mysterium von Golgatha selber in seiner Geschichtlichkeit vollständig zu betrachten, sondern man sucht auch dasjenige, was vorher und nachher geschehen ist, gewissermaßen einzutauchen in solche Vorstellungen, dass man an der Betrachtung dieser Jahrhunderte nicht merkt, was da eigentlich innerhalb dieser Jahrhunderte zur Zeit des Mysteriums von Golgatha geschehen ist. Man könnte sagen, es wird alles angestellt, um die Geschichte dieser Jahrhunderte so zu betrachten, dass man nicht merkt, dass an den Ereignissen dieser Jahrhunderte deutlich zu Tage tritt, wie gewaltig das Mysterium von Golgatha eingegriffen hat. Wenn man dabei bedenkt, wie abhängig unsere von aller Autorität selbstverständlich unabhängige Zeit vom Autoritätsglauben ist, wie so sehr abhängig, dann kann man auch ermessen, wie gründlich es gelungen ist, möglichst wenig Bewusstsein entstehen zu lassen von dem, was sich in jenen Jahrhunderten eigentlich mit der Menschheitsentwicklung abgespielt hat. Und wenn dann einmal ein solcher Geist da ist, wie es Goethe war, von dem wir das letzte Mal ein besonderes Beispiel seiner Naturbetrachtung anführen konnten, die direkt hineinführt in eine Weltauffassung, welche Moralismus und Naturalismus in einem schaut. Wenn einmal eine solche Persönlichkeit da war, so sucht man wiederum instinktiv, womöglich Daseinige bei diesem Menschen abzuschwächen, abzulehnen, was gerade bei einer solchen Persönlichkeit, wenn es angefasst wurde in der richtigen Weise, hineinführen würde, in bewunderungswürdiger, grandioser Weise hineinführen würde, in eine geisteswissenschaftliche Weltbetrachtung. Da kann man das Merkwürdigste erleben. Sehen Sie, ich habe Ihnen angeführt, Goethe genügte nicht die gewöhnliche Botanik, sondern er wollte eine vergeistigte Botanik haben, kam aber dadurch gerade dazu, den Geist zu finden, wie er sich im Pflanzenreiche offenbart, jenen Geist zu finden, bis zu dem, dass Pflanzenreich in seiner heutigen Gestaltung selber nicht kommen kann, weil es seine Anlage nicht völlig ausbilden kann, wie ich es das letzte Mal ausgeführt habe. Also Goethe versuchte, tiefer zu schauen in die Anlagen des Pflanzenreiches. Er versuchte das auch beim Mineralreiche, tiefer zu schauen als die bloße Sinnesbeobachtung gestattet, die ja nur das gibt, bis zu dem eben das Pflanzenreich gekommen ist. Daher war es Goethe besonders ungelegen, dass zu seiner Zeit die Hallersche Anschauung auftauchte, die Haller so schön zusammengefasst hat in den Worten, Ins Innere der Natur trinkt kein erschaffener Geist, glückselig, wem sie nur die äußere Schale weist. Sie wissen, ich habe es oft zitiert. Goethe sagt gegenüber diesem Ausspruch, ins Innere der Natur trinkt kein erschaffener Geist, glückselig, wem sie nur die äußere Schale weist. Das höre ich 60 Jahre wiederholen und Fluche drauf, aber verstohlen. Sagen mir tausend, tausend Male, alles gibt sie reichlich und gern. Natur hat weder Kern noch Schale, alles ist sie mit einem Male. Dich prüfe du nur allermeist, ob du Kern oder Schale seist. Also Goethe, man kann sagen, lehnt sich gerade mit aller Macht auf gegen die Anschauung, ins Innere der Natur trinkt kein erschaffener Geist. Warum tut er das? Ja, sehen Sie, weil Goethe überall den großen geistigen Hintergrund in seinen Erkenntnisinstinkten hatte, jenen geistigen Hintergrund, den mehr oder weniger das 19. Jahrhundert so recht unter Schutt und Trümmer zu begraben versuchte. Wie geläufig ist dem Weltenbetrachter des 19. Jahrhunderts das Schopenhauerische Wort geworden, die Welt ist meine Vorstellung, keine Farbe, kein Licht ohne Auge. Goethe setzt von sich aus dem ganz konsequent entgegen, gewiss kein Licht ohne Auge ist wahrzunehmen, gewiss wären nicht die Augen da, die Welt wäre finster und stumm. Ich habe öfter, sogar in öffentlichen Vorträgen, auf diese Anschauung des 19. Jahrhunderts aufmerksam gemacht. Aber Goethe setzt dem entgegen, ohne Licht kein Auge, denn das Licht hat das Auge gebildet für das Licht. Aus unbestimmten Organen, sagte Goethe, hat das Licht hervorgezaubert das Auge. Wenn man tiefer in die Sache eindringen, so stellt sich da etwas ganz Eigentümliches heraus. Nicht wahr, das Pflanzenreich war nach den Andeutungen, die ich das letzte Mal gemacht habe, eigentlich dazu berufen, auf sich selbst heraus ohne Befruchtung immer seinesgleichen durch die Metamorphose hervorzubringen. Die Befruchtung hätte einen ganz anderen Sinn haben sollen, als sie ihn jetzt hat für das Pflanzenreich. Goethe ahnte das. Daher gefiel ihm die schelwische Ausführung über die Befruchtungsvorgänge so außerordentlich und er hatte den Mut, bei der Pflanzenbetrachtung zu moralisieren. Er hatte diesen Mut. Das Pflanzenreich lebt eben in einer anderen Sphäre als in derjenigen, in der es die Metamorphose reinlich ausbilden würde. Das ist durch jenes große Ereignis gekommen, wodurch die Menschheit von einer höheren Sphäre in eine tiefere, durch die luziferische Versuchung heruntergekommen ist. Aber das, was da in den Pflanzen wirksam wäre, wenn sie die Metamorphose völlig zum Ausdruck brächten, wenn also aus der Pflanze die nachfolgende einfach herauswüchse und nicht die sinnliche Befruchtung eintreten würde, die Kräfte, die da leben würden, die sind geistig geworden, leben geistig in unserer Umgebung. Und die machen es, dass der Mensch seine sinnlichen Organe so hat, wie er sie jetzt hat. Indem Lucifers Wort dahin ging, eure Augen werden aufgetan sein, meinte er damit, ihr werdet als Menschen in eine andere Sphäre versetzt werden. Diese andere Sphäre hatte notwendig im Gefolge, dass die Pflanzenwesen ihre Anlage nicht voll entwickeln konnten, aber die menschlichen Augen wurden aufgetan. Das Licht wirkte so, dass es wirklich im götischen Sinne die Augen auftun konnte. Aber allerdings, dieses Auftun der Augen war in anderer Beziehung ein Zumachen. Denn indem die Menschen ihre Augen richten konnten, überhaupt ihre Sinne richten konnten auf die äußere Sinneswelt, drang der Geist nicht in sie ein, der in der Sinneswelt lebte. Sie wurden geschlossen für die Offenbarung des Geistes, diese Augen. Und so kam jene merkwürdige Anschauung zustande, die insbesondere im 19. Jahrhundert ihre wilden Triebe getrieben hat, indem man sagte, Der Mensch sieht ja nur die äußere Sinneswelt, und er kann nicht hinter diese Sinneswelt schauen. Ins Innere der Natur trinkt kein erschaffender Geist, glückselig, wem sie nur die äußere Schale weist. Man meint, der Mensch könne nicht da hinüberschauen. Mit einem erhöhten, gereinigten Bewusstsein kann er es, und Goethe wusste das. Es kam diese merkwürdige, ich möchte sagen, finstere Lehre, dass man sagte, Der Mensch sieht nur dasjenige, was in seiner sinnlichen Umgebung ist. Die Lehre, die auf naturwissenschaftlichen Feldern bloß verderblich ist, aber in ihrer Verderblichkeit brauchbar ist, auf künstlerischen Feldern ist sie so, dass, wenn jemals ihr Analogon einen Künstler ergreifen würde, wenn der Künstler nicht gegen diese Anschauung arbeiten würde, ich meine, schaffen würde, so würde er überhaupt durch diese Anschauung in seiner künstlerischen Fantasie ertötet werden. Denn diese Anschauung gleicht keiner anderem als der, wenn man sagt, Goethes Faust, der ist ja nur in Büchern erhalten. Da sehen wir die Buchstaben, aber der Faust ist jenseits der Buchstaben. Ins Innere dieser Buchstaben dringt keiner, glückselig, wem sie nur die Schale weisen, die Buchstaben. Nun, man kann ja von gewissen Philologen zugeben, dass sie in dieser Glückseligkeit leben, dass ihnen der Faust nur die äußeren Buchstaben weist. Aber man kann schon sagen, diese Buchstaben müssen ja da sein, aber für das Verständnis des Fausts sind sie Daseinige, durch das man gerade durchsieht, an dem man nicht haften bleibt, das da sein muss, von dem man aber nicht weiterredet. Man merkt gar nicht, wie man widerspricht der aller alltäglichsten Tatsache mit dem, was sozusagen in Fleisch und Blut eingezogen ist in unserem materialistischen Zeitalter. Aber zu einer anderen Anschauung würde man eben nur kommen, wenn man ein wenig hätte mitempfinden können, die Worte, an die wir wiederum erinnern. Das höre ich 60 Jahre wiederholen und fluche drauf, aber verstohlen. Natur hat weder Kern noch Schale, alles ist sie mit einem Male. Dich prüfe du nur allermeist, ob du Kern oder Schale seist. Denn sehen Sie, es faltet das merkwürdige Geheimnis in der Menschheitsentwicklung, dass, wenn man sich emanzipiert von dieser götischen Anschauung und sich bekennt zu der hallerschen Anschauung, dann kann man die Geschichte vor dem Mysterium von Golgatha so betrachten, dass man nichts merkt von der eigentlichen Bedeutung des Mysteriums von Golgatha. Und man kann die Geschichte nach dem Mysterium von Golgatha so betrachten, dass man wiederum nichts merkt von der eigentlichen Bedeutung des Mysteriums von Golgatha. Das klingt zunächst paradox, aber es ist doch so. Es ist so, dass wenn man die antigötische Weltanschauung anwendet auf den geschichtlichen Verlauf, dann wird unter dem Einfluss dieser antigötischen Weltanschauung die vorchristliche Zeit so, dass man höchstens dazu kommt, irgendein historisches Ereignis anzunehmen im Beginne unserer christlichen Zeitrechnung, aber den ganzen starken Impuls des Mysteriums von Golgatha muss man dann nun ins Innere verlegen, zu dem kein erschaffener Geist vordringen soll. Man merkt dann nicht, dass, indem die Geschichte sich abwickelt bis zum Mysterium von Golgatha hin, da etwas hereinkommt, was einen wirklich gewaltigen Wendepunkt, und zwar den größten Wendepunkt in der irdischen Menschheitsentwicklung bedeutet. Und man merkt auch nicht, wenn man das auf die nachchristliche Geschichte anwendet, dass dieser Wendepunkt drinnen steckt, in seiner Nachwirkung drinnen steckt. Daher besteht das instinktive Bedürfnis, die göthische Weltanschauung ein wenig unvermerkt heraus zu eskamotieren aus dem gegenwärtigen Denken, sie ja nicht im gegenwärtigen Denken gar zu groß werden zu lassen. Man kann manchmal die Leute abfangen bei diesem instinktiven Bestreben. Das, was ich sage, soll keine moralische Anklage wieder irgendjemanden sein, denn selbstverständlich kenne ich den Einwand, der gemacht werden kann. Ja, solch ein Mensch, der da die göthische Weltanschauung hinauskomplimentieren möchte aus der gegenwärtigen Betrachtung der Welt, er hat doch das Beste gemeint. Nun, man kennt ja Shakespeare's bekannte Antonios Worte, ehrenwerte Männer sind sie alle. Es wird dies von vornherein zugegeben, selbstverständlich. Aber es kommt ja nicht darauf an, dass man von einem Menschen sagen kann, er habe diese oder jene Absicht nicht gehabt, sondern darauf, wie dasjenige, was von ihm ausgeht, wirkt, wie sich das einlebt in die Menschheitsentwicklung. Und sehen Sie, da kann man eben manchmal ein bisschen, ich möchte sagen, die Leute abfangen bei diesem wohl löblichen Vorhaben, das Christusereignis dadurch heraus zu komplementieren aus der Geschichte, dass man die göthische Weltanschauung nicht aufnimmt in seiner Betrachtungsweise, die, wenn wir sie heute aufnehmen, einfach zur Geisteswissenschaft fortgebildet werden muss. Und da kommt einem ein Büchelchen, das großen Einfluss in der Gegenwart gehabt hat, in die Hände, in dem Betrachtungen angestellt werden über Geschichte, insofern sie Bezug hat auch auf den Christus Jesus. Und instinktiv soll herausgeworfen werden aus der Geschichtsbetrachtung die Möglichkeit, das Mysterium von Golgatha ordentlich zu beurteilen als den größten Wendepunkt der Erdenmenschheit. Das kann der Mann nur dadurch, dass er nun auch die ganze Geschichtsbetrachtung in die Perspektive hineinstellt, dass man ins Innere der Geschichte nicht dringen kann, dass man da nur an der Schale bleiben kann, dass auch die Geschichte so betrachtet werden muss, dass man zu dem wichtigsten Ereignis sagen muss, nun, man kann eben nicht ins Innere der Geschichte hineindringen. Was tut der Mann? Ich werde Ihnen seine Worte vorlesen, sie sind sehr interessant. Und da ist es nötig, vor allem auf den fragmentarischen Charakter aller unserer, auch der vollständigsten historischen Erkenntnisse aufmerksam zu machen. Der Reichtum des Geschehenen, die geschichtliche Wirklichkeit in der Vergangenheit, ist nach Inhalt und Umfang unendlich viel größer, als unser Wissen davon jemals sein wird, und wenn wir noch Jahrtausende forschen. Denn aus der unübersehbaren Masse der Geschehnisse können dem Historiker nur Teilbestandteile zugänglich gemacht werden, nur das, was irgendwie überliefert ist, durch Quellen, Urkunden zu ihm kommt. Alles andere, was nicht überliefert wurde und überhaupt nicht überliefert werden konnte, weil es der geistigen Innenwelt angehört, dem unerforschlichen Gebiete des Sehenlebens, der inneren Motivation des persönlichen Lebens, kann der Historiker nicht wissen, sondern höchstens erraten. Dieses Erraten wird unter allen Umständen, selbst bei dem exaktesten und gewissenhaftesten Vorgehen mit Mängeln, mit subjektiven Momenten behaftet sein. Wenn Goethe sagt, ins Innere der Natur trinkt kein erschaffener Geist, so muss dieses Wort ergänzt werden, ins Innere der Geschichte trinkt auch keiner. Wie gesagt, ich will keine moralischen Urteile fällen, sondern bloß das objektive Sagen. So fälscht man Goethe nach so kurzer Zeit, so fälscht man Goethe. Ins Entgegengesetzte fälscht man ihn um, indem man das heute der Menschheit mitteilt, die es selbstverständlich nicht merkt. Sie merkt es wirklich nicht, denn dasjenige, was beschrieben worden ist hier, das nennt sich das Christentum im Weltanschauungskampf der Gegenwart und ist geschrieben, um zu zeigen, wie das Christentum im Weltanschauungskampf der Gegenwart drinnen steht. Aber der ganze Geist, der in dieser Schrift waltet, der ist derselbe, der in dieser Goethe-Erkenntnis waltet. Da haben sie einen solchen Punkt, wo man abfangen kann, den Wahrheit sind derjenigen, die heute ein großes Publikum haben. Denn ich habe Ihnen von demselben Mann neulich erzählt, dass er Vorträge vor kurzem gehalten hat, in denen man nachweisen kann, wie das Denken überall abreißt, wie es nirgends zusammenhängend ist, wie es vollständig korrumpiert ist, wie es nirgends auch nur versucht, in die Dinge einzudringen. Und ich hatte Ihnen versprochen, weil ich das betreffende Buch in Dornach lassen musste, man kann ja jetzt nicht alles von einem Ort zum anderen führen, es mir hier wieder zu verschaffen, um Ihnen einige Proben vorzulesen, die alle ebenso zeugen würden für die Diskontinuität, für die Korruptheit seines Denkens, wie das hier für die Korruptheit seiner Goethe-Anschauung zeugt. Ich konnte mir das Buch nicht verschaffen. Es ist so begehrt, dass es augenblicklich vergriffen ist, dass man es nicht mehr bekommt. Sehen Sie, so sind die Dinge, wenn es sich darum handelt, heute Dasinnige, was wahr ist, an sich herankommen zu lassen. Deshalb ist es nicht unnötig und ungerechtfertigt, in ernsten Worten auf das hinzuweisen, was nötig ist, und deshalb auch aufmerksam zu machen, dass hinter solchen Worten wie »Ändert den Sinn« etwas ungeheuer Tiefes liegt, das schon auch historisch zu erfassen ist, wenn man es historisch erfassen will. Die Täuferworte ändert den Sinn, die hängen nicht nur zusammen mit dem, was man geisteswissenschaftlich herausholen kann aus der Menschheitsentwicklung, sondern sie hängen auch zusammen mit dem, was man geschichtlich betrachten kann, wenn man nur die Goethe-Weltanschauung nicht nach dem Gelüste des modernen Philistes verarbeitet, sondern wenn man versucht, diese goethe-Weltanschauung lebendig zu machen. Denn dann ist sie ein großer Impuls, in das Christentum wirklich wiederum hineinzukommen und führt unmittelbar zu unserer Geisteswissenschaft hin. Sehen Sie, uns wird heute am leichtesten klar werden, um was es sich in der Menschheitsentwicklung eigentlich handelt, wenn wir uns an manches erinnern, das wir ja im Einzelnen oftmals ausgeführt haben. Ausgeführt haben wir, wie in der vorchristlichen Zeit Mysterien da waren. Ich habe auf das, was in diesen Mysterien gesucht worden ist, hinzuweisen versucht in meinem Buch »Das Christentum als mystische Tatsache«, in dem ich Plato-Worte angeführt habe, die von diesen Mysterien sprechen. Gewiss, man kann heute mit einem vornehmen Lächeln, das aber im Grunde genommen doch nur ein materialistisch-philuströses Lächeln ist, auch auf solche Aussprüche Platos hinsehen wie diesen, wenn Plato sagt »Diejenigen, die in die Mysterien eingeweiht sind, sie nehmen Teil an dem Leben im Ewigen, die anderen sind wie im Sumpfe«. Ich habe ganz absichtlich damals, als ich »Das Christentum als mystische Tatsache« schrieb, auf diese Worte Platos hingewiesen, denn sie bezeugen in ernster Weise, was Plato von den Mysterien zu sagen hatte. Im Grunde genommen bestand er das große Geheimnis, das durch eine besondere Menschheitszucht dem Mysterienschüler in den vorchristlichen Zeiten vermittelt worden war, darin anzuschauen Daseinige, wozu die mineralische und pflanzliche Natur geworden wäre, wenn sie sich in gerader Linie mit ihren Anlagen hätte fortentwickeln können. Denn dadurch würde ein Menschheitserkennen zustande gekommen sein, sodass man hätte sagen können, waren mineralreich und pflanzenreich so, dass ihre Anlage voll hätten entwickeln können, dann würde der Mensch sein wahres Gesicht zeigen in derjenigen Sphäre, in der er dann sein würde. Und das war eine vollständige Verwandlung, die der Mysterienschüler durchmachte, wenn er gewissermaßen eingeführt wurde ins Innere der Natur, wenn er den Menschen so sehen dürfte, wie der Mensch eigentlich ursprünglich beabsichtigt war. Denn dann sah dieser Mysterienschüler auch ein, wie das, was jetzt im warmblütigen Tierreiche, im Rindenbegabten, im Holzbegabten Pflanzenreiche, im physischen Menschenreiche existiert, nicht seinen Ursprung zeigt, offenbart, sondern unerklärt dasteht, weil es seinen Ursprung nicht unmittelbar in sich trägt. Während also die Pflanzen und Mineralien nicht ans Ende kommen, kommen die Menschen und Tiere nicht bis zu ihrem Ursprung zurück. Ja, notwendig war es, dafür zeugt das, was die Mysterien eigentlich waren. Notwendig war es in der vorchristlichen Zeit, einzuweihen gewisse Menschen. In den allerersten Zeiten war das ja eine atavistische Erkenntnis aller Menschen. Nur in späteren Zeiten, als die atavistische Erkenntnis zurückgegangen war, war es notwendig, einzelne einzuweihen. Es war also notwendig, die einzelnen Menschen einzuweihen in die Geheimnisse der äußeren Natur, des mineralischen, des pflanzlichen Reiches, um dem Menschen zu sehen, um zu sehen, was er eigentlich ist. Ebenso wird es notwendig, in unserer Zeit wiederum auf seinen Ursprung hinzuweisen, den Menschen kennenzulernen von der anderen Seite, sodass er wiederum seinen Ursprung offenbart, was er versucht worden ist, in der Geheimwissenschaft in der stammelnden Weise, wie das in der jetzigen Zeit möglich ist, sodass der Mensch wiederum angegliedert wird an das ganze Sein. Wie sich das Andere zeigte für die vorchristliche Zeit, so zeigt sich das Letztere für die Zeit, in der wir jetzt, also nach dem Mysterium von Golgatha, leben. Aber nur wenn man das weiß, dass das Mysterium von Golgatha ein so tiefer Einschnitt ist, dass sich wirklich das geschichtliche Werden in zwei Teile gliedert, nur dann kann man zu einer wahren Betrachtung des Mysteriums von Golgatha allmählich aufsteigen. Aber das kann sich einem zeigen, indem man einfach nicht nur durch solche Brillen, wie sie durch den Antigötianismus den Menschen aufgesteckt werden, die Zeiten um das Mysterium von Golgatha herum verfinstert, sondern indem man sie wirklich so betrachtet, wie es gewissermaßen Hermann Grimm haben wollte. Aber er hatte nicht die Kraft dazu. Die Mysterienleiter, die Mysterienführer der alten Zeiten, sie haben wohl gewusst, warum sie eine Menschenzucht verlangten von denjenigen, die sie einweihten. Und sie haben bis in eine gewisse Zeit hinein streng darauf gehalten, dass niemand in die Mysterien eingeweiht wurde, der nicht diese Zucht durchgemacht hat. Und insbesondere wurde auch noch in den älteren Zeiten in Griechenland viel darauf gesehen, dass niemand in die Mysterien eingeweiht wurde, der nicht eine strenge Zucht durchgemacht hatte. Das, was er da erfuhr, war, die Geheimnisse in der richtigen Weise ins Leben hineinzustellen. Darauf wurde insbesondere in griechischen Gegenden sehr, sehr viel gesehen. Und es wurde streng darauf gehalten, dass die Mysterien an Unwürdige ebenso wenig verraten wurden, wie der Christus Jesus nicht die Geheimnisse des Reiches Gottes an die Schriftgelehrten und Pharisäer ausliefern will, sondern nur an diejenigen, die er zu seinen Schülern machen kann. Ohne dass diejenigen, welche die Mysterienführer waren, die geringste Schuld haben, ging es aber nun nicht mehr, das Mysteriengeheimnis in den Zeiten, in denen das Ereignis von Golgatha herankam, in der entsprechenden Weise geheim zu halten. Das ging nicht mehr. Und warum ging es nicht mehr? Ich sage, ohne die Schuld der Mysterienführer ging es nicht mehr. Die Mysterienführer, die Mysterienleiter hatten keine Schuld daran. Dasjenige, was die Mysterien in unrichtiger Weise herauszog aus ihrer Geheimnissphäre, das war das Imperium Romanum, das war der römische Imperialismus. Und es war unmöglich, dass die Führer der Mysterien den Befehlen namentlich der römischen Cäsaren widerstanden. Es rückte die Zeit heran, in der die Mysterienführer nicht mehr widerstehen konnten den Befehlen der römischen Cäsaren. Und dieses, das durch den römischen Cäsarismus, vergewaltigt wurde das geistige Leben, dieses spiegelt sich ja in allen Ereignissen der damaligen Zeit ab. Dieses sah auch ein Mensch wie der Täufer durchaus herankommen, in allen Einzelheiten. Denn derjenige, der sehen will, der sieht in den Einzelheiten, was herankommt. Nur diejenigen sehen es nicht, die nichts sehen wollen. Das liegt in den Worten, die immer sehr vieldeutig, aber immer in allen Bedeutungen wahr sind. In den Worten solcher Leute wie dem Teufel Johannes liegt es. In den Worten, ändert den Sinn, die Reiche der Himmel sind nahe. Liegt auch das, was man etwa so übersetzen könnte? Seht hin, dasjenige, was der Menschheit heil gebracht hat, als altes Mysterium gut? Das ist nicht mehr. Das wird mit Beschlag belegt durch das Imperium Romanum, das seine Fittiche auch ausgebreitet hat über das um euch herum liegende Judentum. Ändert daher den Sinn. Sucht nicht mehr in dem, was von dem Imperium Romanum ausstrahlt, das Heil, sondern sucht es in dem, was nicht auf dieser Erde ist. Empfanget die Taufe, die euren Ätherleib lockert, damit ihr seht, was da kommen soll und was neue Mysterien einleiten soll, denn die alten Mysterien sind mit Beschlag belegt. Was herankam, was bei Augustus zuerst der Fall war, der aber noch keinen Missbrauch damit getrieben hat, war, dass die römischen Cäsaren einfach durch ihren Cäsaren Befehl eingeweiht werden mussten in die Mysterien. Das wurde überhaupt Sitte. Das war es, wogegen sich vor allen Dingen der Täufer Johannes wendete, indem er herauszunehmen suchte aus der Menschheitsentwicklung diejenigen, welche die Taufe empfangen wollten, damit sie nicht bloß das Heil der Menschheitsentwicklung in dem sahen, was vom Imperium Romanum ausstrahlte. Sehen Sie, einer derjenigen römischen Cäsaren, die am gründlichsten eingeweiht waren in die Geheimnisse der Mysterien, war Caligula und später Nero. Und es gehört zu den Geheimnissen der geschichtlichen Entwicklung, dass Caligula und Nero Eingeweihte waren, dass sie sich erzwungen haben, Kenntnis zu haben von den Geheimnissen der Mysterien. Und denken Sie einmal nach über die Seelenverfassung derjenigen, die da wussten, das, was rückt heran und die zur gleicher Zeit eine Empfindung, ein Gefühl davon haben konnten, was das bedeutete. Denken Sie sich in die Seelenverfassung dieser Menschen hinein. Die konnten natürlich sagen, dasjenige, was kommen muss und was kommen wird, ist das Reich der Himmel und in diesem müssen fortan die Menschen suchen, wenn sie nach den heiligen Geheimnissen suchen, nicht im Reiche der Menschen. Die Geschichte spricht oftmals durch ihre Symbole. Diogenes ging noch, weil er in Griechenland war, auf dem Athenermarkt mit der Laterne herum, um den Menschen zu suchen, der verloren gegangen war, dessen Anschauung verloren gegangen war. Warum verloren gegangen? Nicht deshalb, weil man diesen Menschen nicht kannte oder weil Zeiten heranrückten, in denen man Daseinige, was in den Mysterien über die Geheimnisse der Menschenentwicklung mitgeteilt werden konnte, nicht suchte. In den Fundamenten wussten das Menschen wie Caligula und Nero. Aber gerade dadurch wurde es in Finsternis gehüllt. Und Diogenes fühlte wie Johannes der Täufer, Diogenes in seiner Art, die Zeit herankommen, wo gerade dadurch, dass man das Mysteriumgeheimnis von dem Menschen verraten wusste, der Mensch in Finsternis getaucht wird und man ihn mit der Laterne suchen muss. Caligula hatte seine Anleitung bekommen, richtig nach Art der alten Mysterien zu leben in den geistigen Zusammenhängen drinnen. Caligula verstand es daher, sein Bewusstsein vom Einschlafen bis zum Aufwachen so zu organisieren, dass er darin mit all demjenigen in der geistigen Welt verkehren konnte, was die alten Mysterien kannten als die Luna-Götter, als die Götter des Mondes. Und Caligula verstand die Kunst der alten Mysterien, in seinem nächtlichen Bewusstsein Zwiesprache zu halten mit den Geistern des Mondes. Das gehörte zu den alten Mysteriengeheimnissen, kennenzulernen Dasinnige, was hinter dem gewöhnlichen Bewusstsein, hinter dem Tagesbewusstsein liegt und kennenzulernen, wie sich dadurch das gewöhnliche Tagesbewusstsein ändert, dass man die Geheimnisse dieses anderen Bewusstseins durchdringt. Denn der Mensch wird dadurch, dass er weiß, wo seine Individualität ist, wenn sie vom Einschlafen bis zum Aufwachen in der geistigen Welt ist, auch aufmerksam gemacht darauf, wie diese Individualität nicht nur hier als eingekörpert wie ein Naturwesen zu anderen Naturwesen in Beziehung steht, sondern wie sie diese Individualität mit der geistigen Welt, mit alledem, was in den geistigen Hierarchien lebt, in Beziehung steht. Daher ändert sich selbstverständlich, wenn ein Mensch die Geheimnisse der Mond- und Gottheiten kennt, auch sein Verhältnis zu den Sonnengottheiten, zu den Gottheiten, die das durch Lucifer abgestumpfte Schauen des Tages nicht sieht in der Umwelt und die dieses erwachte Bewusstsein dann sieht. Weiß der Mensch wie Caligula durch eigene Erfahrung, dass die menschliche Individualität vom Einschlafen bis zum Erwachen in der geistigen Welt drinnen ist, dann wird sie auch aufmerksam darauf, dass sie im Tagesbewusstsein nicht bloß in der Schale der äußeren Natur waltet, sondern dass sie im Tagesbewusstsein unter den Geistern des Sonnenlebens waltet, dass sie nicht bloß unter den physischen Sonnenstrahlen, sondern unter den Geistern des Sonnenlebens waltet. Aber Caligula, er hatte nicht die Zucht selbstverständlich. Caligula wusste daher Zwiesprache zu halten mit den kanarischen Geistern im Schlafe. Und das brachte hervor, dass er im Tage ansprach Jupiter, den man im alten Griechenland als Zeus in einer noch anderen Sphäre gedacht hat, als Bruder Jupiter. Das war eine gewöhnliche Redensart des Caligula, von Bruder Jupiter zu sprechen. Denn selbstverständlich fühlte er sich als ein Bürger der geistigen Welt, in der Jupiter ist, und er redete ihn als Bruder Jupiter an. Er, Caligula, wusste sich in der Welt der geistigen Wesenheiten darinnen. Daher trat er so auf, dass durchaus manifestiert wurde durch sein Auftreten, dass er der geistigen Welt angehöre. Er erschien zu gewissen Zeiten im Bacchus-Kostüm mit dem Thyrsus-Stab mit dem Eichengrams auf dem Haupt und ließ sich als Bacchus huldigen. Er erschien zu gewissen Zeiten als Herkules mit der Keule und der Löwenhaut und ließ sich huldigen als Herkules. Dann erschien er wieder als Apoll und ließ sich huldigen, indem er die Strahlenkrone auf dem Haupt und den Apollobogen in der Hand hatte, ließ sich huldigen von einem Chor, der ihn umgab und der die entsprechenden Chorgesänge zu seiner Ehre sang. Er erschien mit geflügelten Kopf mit dem Heroldstab als der Gott Merkur. Er erschien auch als Jupiter. Ein Tragödiendichter, den man als Sachverständigen ansah und aufgefordert hatte zu entscheiden, wer der größere sei, Caligula oder Jupiter, den er in einer Stadion neben sich hinstellen ließ, wurde gegeißelt, weil er nicht darauf einging, Caligula als den größeren hinzustellen. Aber wie sah es mit dem Urteil des Caligula aus? Angeführt wurde ja bei der luziferischen Versuchung dem Worte, eure Sinne sollen aufgetan sein und ihr sollt werden wie Götter. Angeführt wurde, ihr sollt unterscheiden das Gute und das Böse. Aber diese Unterscheidung des Guten und des Bösen, die wurde ja von einem Geiste der Menschheit eingeimpft, der nur bis zu einer gewissen Zeit in der Entwicklung leben konnte. Diese Zeit war abgelaufen. In jener Zeit lief sie ab, in der der Teufel Johannes zuerst auftrat mit den Worten, die Reiche der Himmel sind nahe gekommen. Er sagte nur nicht mit dem Terminus technicus den Zusatz, und das Reich des Luzifer ist abgelaufen. Natürlich sprach nur von dem Reiche der Himmel. Man sieht es insbesondere an dem Urteil des Caligula, wie jenes Reich abgelaufen war. Denn als einmal unter der Regierung des Caligula ein richterlicher Irrtum vorgekommen war, man hatte nämlich einen Unschuldigen statt eines Schuldigen, weil man den Unschuldigen mit dem Schuldigen verwechselt hatte, zum Tode verurteilt und dem Tode überführt. Da sagte Caligula, das macht nichts, denn der Unschuldige war ebenso schuldig wie der Schuldige. Und als Petronius verurteilt wurde zum Tode, da sagte Caligula, diejenigen, die ihn verurteilt haben, die könnten ebenso gut verurteilt werden, denn die sind ja ganz gleich schuldig mit demjenigen, den sie zum Tode verurteilt haben. Sie sehen, die Unterscheidung hatte schon aufgehört, die Unterscheidung des Guten und des Bösen. Sie reichte nicht mehr bis in diesen Zeitpunkt hinein, von dem ich rede. Wir können ihn fassen, wenn wir die geschichtlichen Ereignisse wirklich auf uns wirken lassen. Wir können ihn fassen. Ein solcher Eingeweihter war Nero. Und Nero war im Grunde genommen nur nicht so filuströs, wie es manche unter anderem modernen Zeitgenossen sind, sondern grandios ins Heroische übersetzt, ein Psychoanalytiker. Nero war sogar der erste Psychoanalytiker, denn er vertrat zuerst den Satz, dass alles im Menschen von der Libido abhängt, das, was auch im Menschen auftritt, abhängt von dem, was als das Sexuelle in ihm wirkt. Eine Lehre, die filuströs die Psychoanalytiker in unserem Zeitalter wiederum erneuert haben. Aber der Professor Sigmund Freud ist eben kein Nero. Dazu fehlt ihm allerdings nicht die Seele, aber die Größe. Aber was Johannes der Täufer wusste, wusste auch Nero. Denn auch Nero wusste, und jetzt unterscheidet sich auf diesem Gebiet Nero von dem Caligula, auch Nero wusste aus seiner Einweihung in die Mysterien heraus, dass es mit dem, was der Mensch ist, eine sonderbare Bewandtnis hat, dass gewissermaßen die Wahrheiten der alten Mysterien in ihren wahren Impulsen verklungen sind, dass sie ihre Gewalt verloren haben, dass man sie daher nur durch äußere Gewalt aufrecht erhalten kann. Nicht etwa bloß Johannes der Täufer hat gesagt, die alte Weltordnung ist abgelaufen. Nur hat er dazu gesetzt, die Reiche der Himmel sind nahe herbeigekommen, ändert den Sinn. Auch Nero wusste, dass die Reiche der alten Welt abgelaufen sind. Auch Nero wusste, dass ein gewaltiger Einschnitt in der Entwicklung der Erde da ist. Aber Nero hatte sein teuflisches Bewusstsein dazu. Er hatte alle Teufeleien, die der unwürdige Eingeweihte haben kann in sich. Und deshalb rechnete er, genauso wie Johannes der Täufer, genauso wie der Christus Jesus, mit dem Weltuntergang. Versteht man dasjenige, was Johannes der Täufer und der Christus Jesus sagen von dem Weltuntergang in der richtigen Weise, dann hat man nicht nötig, es in der philisterhaften Art auszulegen, dass es dann und dann kommen werde, sondern dann kann man verstehen, wie die Bibel sagt, der Weltuntergang wäre da. Aber Sie ahnen schon, das nächste Mal werde ich über diesen Punkt weiterreden, dass die Parousie eine Wirklichkeit ist, wenn sie in der richtigen Weise verstanden wird. Nero wusste, dass eine ganz neue Ordnung kommt, aber es freute ihn nicht, es passte ihm nicht. Und charakteristisch ist daher sein Ausspruch, dass er an nichts lieber teilnehmen wollte, als am Weltuntergang. Seine Worte sind charakteristisch. Wenn die Welt in Feuer aufgeht, dann werde ich meine besondere Freude daran haben. Das war sein besonderer Wahnsinn, die Sehnsucht, die Welt in Feuer aufgehend zu sehen. Und daraus entsprang das, was man ja historisch bezweifeln kann. Was aber wahr ist, dass er Rom in Brand stecken ließ, weil er sich in seinem Wahnsinn vorstellte, von dem Brande von Rom aus würde sich der Brand so weit erstrecken, dass die ganze Welt verbrennen würde. Ich habe Ihnen einige Symptome angegeben, die charakterisieren sollen, wie in einer gewissen Weise die Welt damals zu Ende ging und neu anfangen musste. Aber in der äußeren Wirklichkeit geschehen die Dinge so, dass immer eines ins andere hineinläuft, dass das Alte noch vielfach bestehen bleibt, wenn das Neue seinen ersten Impuls schon gezeigt hat. Und obgleich daher die Reiche der Himmel seit dem Mysterium von Golgatha da sind, blieb daneben in absteigender Entwicklung, in dekadenter Entwicklung, das Imperium Romanum, blieb dasjenige, was dahin geführt hat, dass bei den Wissenden auch der Gegenwart mit den verschiedensten guten und bösen Absichten immer wieder und wieder betont wird, was in der Gegenwart mitten unter uns lebt, was durchsetzt die christlichen Ansätze, das ist der Geist des alten Imperium Romanum, das ist der Geist des römischen Imperialismus. Man käme da auf ein eigentümliches Kapitel, wenn man in diesem Sinne weitersprechen würde. Man würde anfangen damit, dass man zeigen würde, wie die Rechtsbegriffe, die später aufgetaucht sind, alle auf das römische Recht zurückführen, wie das römische Recht dieses Antichristliche im Christussinne sich überall hineingeflochten hat. Und man würde manche andere noch viele Gebiete zu streifen haben, wollte man das Fortleben des römischen Imperialismus bis in unsere Tage hinein besprechen. Und gar erst wollte man alles Daseinige besprechen, was zusammenhängt mit dem Fortschreiten in absteigender Entwicklung des Imperium Romanum. Es liegt etwas Instinktives in der Tatsache, wie man in den Schulen römische Geschichte lehrt und wie die Historiker, die ja die Fablikon Venue schreiben, welche man gegenwärtig Geschichte nennt, der Menschheit das Bewusstsein von dem Imperium Romanum beibringen, sodass der Geist, der darin entwaltet, gerade von den Gelehrtesten ausgeschaltet wird. Dadurch aber wird ein sicheres erreicht, meine lieben Freunde. Dadurch wird das sicher erreicht, dass zum allgemeinen Bewusstsein der Menschen die ganze Tragweite des historischen Augenblicks nicht kommt, indem das Kreuz auf Golgatha aufgerichtet worden ist. Zu verdecken suchte man, wenn auch instinktiv, die ganze Bedeutung der Ereignisse, die sich abgespielt haben. Denn wenig ist vorhanden von Demute, der dazugehört, von der äußeren Schale ins Innere auch der Geschichte zu dringen. Und wir sehen ja, es gibt Leute, die ein großes Publikum finden, welche sogar Goethe fälschen, um bei den Menschen die Meinung hervorzurufen. Auch Goethes Anschauung wäre dazu geeignet, die Geschichte so zu betrachten, als ob sie nur eine äußere Schale sei. Dasjenige, was so wirkt, wirkt aber in den breitesten Impulsen des menschlichen Sehenlebens. Und es ist ja nicht bloß darum zu tun, dass man zur keiner richtigen Betrachtung dieses oder jenes Punktes kommt, sondern das ganze Leben ist gewissermaßen davon beeinflusst, entwickelt eine solche Tendenz. Ein solcher Impuls waltet, das ganze Leben ist beeinflusst von diesem Impulse, läuft sozusagen in der Richtung dieses Impulses. Daher bleiben Menschen wie Goethe Prediger in der Wüste, werden noch dazu verleumdet, indem man ihnen die entgegengesetzte Erkenntnisgesinnung andichtet. Aber man kann es auch sehen, wohin solche Impulse führen. Das Karma führt einem ja manches zu, auch wenn man sucht, Erkenntnisse abzurunden, um sie vor seinen Mitmenschen aussprechen zu können. Und so fiel mir gestern der Ausspruch eines unserer Zeitgenossen in die Hände. Erst gestern fiel mir dieser Ausspruch in die Hände, aber er hängt recht sehr zusammen mit demjenigen, was ich wie den inneren Impuls leben lassen musste durch diese Besprechungen des Mysteriums von Golgatha hindurch. Dieser Zeitgenosse hat verschiedene Wandlungen durchgemacht. Zuletzt hat er sich zum Christentum in der Form des Katholizismus gefunden, um dafür propagieren zu können. Und wir haben also das merkwürdige Faktum, dass ein Freigeist vor seiner Mitwelt auftritt als Zeuge für den Christus, noch dazu im katholischen Sinne. Nun sprach er seine Gesinnung aus über den Christus in der Färbung, wie er ihn jetzt von sich aus vertritt. Und dieses Zeugnis ist charakteristisch, ist so richtig ein Dokument der Gegenwart. Ich will Ihnen dieses Zeugnis eines modernen Christuszeugen vorlesen. Es ist vergebliche Mühe, das Jenseits zu suchen. Es existiert vielleicht nicht einmal. Und wie wir es auch anpacken, wir können nichts davon erfahren. Überlassen wir jedweden Okkultismus den Erleuchteten und den Gauklern, welche Form der Mystizismus auch annehmen mag, er widerspricht der Vernunft. Aber geben wir uns dennoch der Kirche hin, weil sie mit der Autorität der Jahrhunderte und großer praktischer Erfahrung die Regeln jener Ethik formuliert, die Kirche nämlich, die man die Völker und Kinder lehren muss. Und endlich, weil sie weit davon empfand, uns dem Mystizismus auszuliefern, uns direkt gegen ihn verteidigt, die Stimmen der geheimnisvollen Heine, so nennt er Daseinige, was etwa aus der geistigen Welt herauskommen könnte, zum Schweigen bringt, die Evangelien auslegt und den großmütigen Anarchismus des Heilands den Bedürfnissen der Gesellschaft opfert. Hier haben sie das Geständnis eines Mannes, der sich zum Christentum bekehrt hat, vom modernen Materialismus aus. Der sich zum Christentum bekehrt hat, indem er es als sein Ideal hinstellt, in dem Sinne sich zum Christentum bekehren zu können, das Daseinige, was Christus als seine grandiosen Impulse der Welt überliefert hat, angepasst worden ist, geopfert worden ist, den Bedürfnissen der modernen Gesellschaft. Aber auch das, was sich in einem solchen Christuszeugnis ausspricht, hat ein großes Publikum, ein viel größeres als man denkt. Denn das Bedürfnis ist außerordentlich groß, ja, den Christus so erscheinen zu lassen, wie es dem modernen Menschen gefällt, wie es dem modernen Menschen passt. Und die Instinkte wirken dahin, ja nicht die Menschenseele auf die Wahrheit kommen zu lassen, dass Jesu Tod ein ganz selbstverständliches Ereignis war, das bedingt wurde dadurch, dass Christentum und Imperium Romanum nicht zusammengehen konnten, das aus dem Zusammensein von Christentum und dem Imperium Romanum nur der Tod des Christus folgen konnte. Daraus aber folgt, dass aufgesucht werden muss im modernen Leben, wenn man überhaupt zum Lichte kommen will und nicht in der Finsternis wandeln will, wie sich manches in diesem modernen Leben zum echt verstandenen Christentum verhält, und dass aufgebracht werden muss nach und nach jener göttliche Zorn, den Christus selber hatte, als er oftmals zu erbiedern hatte auf Daseinige, was die vorbrachten, die er die Schriftgelehrten und Pharisäer nannte. Ich wollte Ihnen heute ein Bild davon geben, was schon in den Jahrhunderten gelebt hat, in die das Christentum hereingebrochen ist, und wollte aufmerksam machen darauf, dass die Geschichtsbetrachtung insbesondere vertieft werden muss an der Stelle, an der das Mysterium von Golgatha steht. Denn das kann geschehen, auch wenn man nur bei der Geschichte stehen bleibt. Nun muss man sich ein Gefühl aneignen dafür, wie man die einzelnen Dinge zu werten hat, was man als das Bedeutsame und für die Zeit sprechende anzusehen hat und was als das Unbedeutende. Man muss sich ein Gefühl dafür aneignen, was dann von den verschiedenen Strömungen weiterlebt, wo die Dinge weiterleben.